Hallo Leute, hier spricht das Schaxi's Etien. Ich bin MacGyver und spiele jetzt mal mit meiner Tochter. Einmal jeder, wer... wie hieß das? Solidaire Deluxe Kugeln. Es müssen so wenig Kugeln wie möglich auf dem Spielplatz stehen bleiben. Wenn man richtig gut ist, schafft man sogar, dass da nur eine einzige Kugel Eder bleibt. Wenn man richtig gut ist. Ich habe das lange nicht gespielt, aber... Mal gucken. Ich soll anfangen. Ich spiele gegen meine 8-jährige Tochter. Nur was hier zu informieren. Ich fang mal an. Es ist ein Solospiel. Ein bisschen überlegen sollte man da vielleicht. Ich glaube, in dem Spiel ist es so ziemlich, um die Dinger wegzukriegen. Ich muss mal kurz überlegen, wie ich das jetzt weiter mache. Das ist echt gut. Ich darf nur nicht die selben Fehler machen wie du, der sich dazu gebaut hat, ne? Da war das nicht so schön. Auch nicht so schön. Ja, empfehle ich den, den ich gerade eben gemacht habe. Wo ich 25 Kugeln auch auf dem Spielbrett habe. Auch das ist möglich. Wenn ich den mache. Warte, das geht, ne? Den setze ich nach Darm. Den setze ich nach Darm. Den setze ich nach Darm. Den setze ich wieder runter und dann habe ich den oben auch wieder frei. Den ziehe ich den raus. Fange ich mal da weiter an. Den setze ich den hier an. Der entstellt mich. Den nehme ich auch mal gleich weg. So. Wenn ich den nach oben ziehe, bin ich den nackig und alleine. Das gefällt mir auch nicht. Den dahin. Den dahin. Den dahin. Den nach Darm ist auch nicht so tolle. Ich baue mich hier gerade zu. Hier sieht es gut aus. Viele Möglichkeiten habe ich nicht. Grrrr. Gut überlegen. Da sind noch so viele Kugeln. Den setze ich nach Darm. Also ist jetzt mein Ziel am besten so viele Kugeln. damit Samantha kommt nicht gleich zu doll gewinnt. So. Ich habe jetzt noch sieben Kugeln über. Ich kann noch ein paar Sprünge machen. Aber das war sicher. Ich kriege nicht bis zu einer Kugel über. Egal wo ich nach Darm springe. Den haue ich noch weg. Den haue ich noch weg. Und ich habe noch fünf Kugeln über. Na ja. Gut. Das soll erstmal jemand schaffen. Na. Also man baut die Kugeln hier auf. Die Mitte bleibt frei. Die Mitte bleibt frei. Das ist das schöne Solospiel. Schön viel Gedächtnis. Und wer es schafft, dass nur eine einzige Kugel über bleibt. Der ist natürlich richtig gut. Ich weiß nicht wie das Spiel geht. Also Wiederspiel. Naja. Sametta fängt jetzt an. Das sieht sehr toll aus. Ja. Und jetzt. Ich bin jetzt. In vom kauf einer Kugeln. Opa. Das ist ein bisschen wie die Sitzung. Es ist ein bisschen wie das. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt die Sitzung. Wenn man jetzt schon da oben sieht, ist es schwer die Kugel da oben wegzukriegen, aber noch ist das möglich. Die war gut, die ist gut, das war eine tolle Sache, das war sehr gut gemacht, das hätte ich nicht machen können. Ich habe es nicht geschickt, aber ich habe es nicht geschickt, aber ich habe es nicht geschickt. die ist richtig gut die kugel um kriegst du wahrscheinlich nicht mehr weg mit der 1 2 schritte anders gemacht als erländer sind immer richtig gut das machen können die sind jetzt auch schon mal die kriegen man nicht mehr weg ich habe damit eine kugel weniger gewonnen hatte das war sehr gut so ich hoffe euch hat das kleine video ein bisschen spaß gemacht zu mal zuzugucken was wir hier sollen unsere freizeit mal spielen damit er war richtig gut hätte sie da unten wohin zuerst die dinge weg gekriegt war die möglichkeit bei die weg zu kriegen wenn ich vielleicht sogar noch bis vier oder vier dinge noch übrig gewinnen wenn sie nicht sogar geschaffen der ein einzigen fuhr über zu kriegen naja viel spaß wünsche euch mcgiver aus foxys 18 viel spaß beim zuschauen